lege oder setze dich bequem hin komme zur ruhe und schließe deine augen atmen nun dreimal tief in den bauch ein und aus lasse deinen atem nun wieder ganz normal fließen konzentriere dich dabei aufs ein- und ausatmen so nutzt du den atem um deine aufmerksamkeit nach innen zu lenken sollten gedanken kommen lasse sie wie wolken vorbeiziehen halte nicht an ihnen fest erlaube dir bei jeder ausatmung alles loszulassen was dich beschäftigt gib nach außen ab was du nicht mehr brauchst nimm deinen körper als ganzes war spüre schmerzpunkte wo wandert deine aufmerksamkeit hin wir widmen nun jedem körperteil unsere volle aufmerksamkeit und entspannen es gehe mit deiner aufmerksamkeit zuerst zu deiner kopfhaut und deinen haar wurzeln gehe dann zu deiner stirn entspanne deine stirn glätte sie gehe dann zu deinen augen und entspanne deine augen und auch die partie um deine augen herum entspanne dann ganz bewusst deine wangen und deine kiefer muskeln lasse ganz bewusst los gehe dann mit deiner aufmerksamkeit zu deinem hals und deinem nacken lasse los entspanne dich gehe dann weiter zu deinen schultern lass sie hängen entspanne deine schulter geh dann mit deiner aufmerksamkeit zu deiner brust dann zu deinem rücken entspanne deinen rücken geh mit deiner aufmerksamkeit zu deinen armen und deinen händen lasse los entspanne gehe dann zu deinem bauch und lass ganz bewusst los wandere mit deiner aufmerksamkeit nun zu deinen hüften und lass auch dort ganz bewusst los gehe weiter mit deiner aufmerksamkeit zu deinen oberschenkeln deinen knien und deinen unterschenkeln bis hin zu deinen füßen lasse los entspanne genieße die entspannung fühle deinen körper nun wieder im ganzen einige stellen können jetzt vielleicht leicht kribbeln genieße diese tiefen entspannung und merke dir wie einfach und schnell du dich ganz tief entspannen kannst komm nun wieder ins hier und jetzt bewege dazu deine füße und deine hände strecke dich wenn du magst komm zurück in den raum in dem du dich befindest atme noch einmal tief ein und aus öffne deine augen und spüre der positiven energie nach genieße für einen moment noch die entspannung und kehre dann in deinen alltag zurück Apfel die die quaren d